Direkt am S-Bahnhof Zehlendorf, Teltower Damm 34, das Zeughaus. Seit den 50er Jahren werden an diesem Ort Kurzfahren angeboten. Und diese Tradition wird auch vom Zeughaus fortgesetzt. Das Label von Annette Weibel-Buzzin heißt Anabuzzi. Mäntel, Jacken und andere Kleidung von Annabuzzi findet man hier exklusiv in diesem Laden. Außerdem Accessoires aus der Region und aus vielen anderen Teilen der Welt. Und hochwertige Stoffe gibt es auch. Musik Wir befinden uns live auf der Eröffnungsfeier des neuen Ladens von Annette Weibel-Buzzin, dem Zeughaus in Zehlendorf-Mitte. Musik Alexei Wagner! Bravo! Musik 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 Mukti Musik Vielen Dank.